Das Hotel Da Vinci Royal liegt in Salu in Costa Dourada. Das Hotel Da Vinci Royal ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 10 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,2 von 6 Sonnen. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 10 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer Die sehr sauberen Zimmer schätzen die Gäste und vergeben insgesamt 5,7 von 6 Punkten. Gastronomie Eine großartige Küche bietet dieses Hotel. 5,3 Sonnen werden für die gastronomischen Leistungen der Küche vergeben. Sport und Unterhaltungsprogramme Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5,2 von 6 Sonnen. Service 5,1 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Hotel allgemein Die Gäste geben dem Hotel für den Zustand allgemeine Sauberkeit sowie Freundlichkeit des Personals eine sehr gute Bewertung von 5 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5 von 6 Sonnen vergeben. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.